So, hi und hallo mal wieder, hier ist sie nun, die ganz brandneue und aktuelle Dragon Sammelmappe von Panini für 8,90 Euro, mit einer elementierten Karte, Spielanleitung und Spielbrett. Und was dahinter steckt, das schauen wir uns natürlich jetzt mal an. Das ist ein kleines Buch mit den Spielregeln, wenn ihr seht. Dann sind da drin enthalten drei Booster, eine limitierte Karte, die sieht wirklich gut aus, wie ihr seht, dann das Spielebrett. Auch stabile Pappe und natürlich die eigentliche Sammelmappe. Wie ihr seht, gibt es 210 verschiedene Karten, eine ganz normale Sammelmappe. Das ist ja nun die Sammelmappe, Spielbrett, Spielanleitung, drei Booster, eine limitierte Karte. Und wo ihr das natürlich bequem bestellen könnt und sicher, werde ich immer unter dem Video verlinken. Und sage deshalb, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.